Hallo ihr Lieben, ich spreche zu euch aus einem Gemälde von 1440, gemalt von Jan van Eyck, vom Beten, das Vaterunser, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alles Liebe, euer Jesus. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020